Jo Leute, ich bin Silver Freeze und willkommen zur 19. Folge Leute, mein Plan hat funktioniert, denn in der letzten Folge waren wir ja oben in seinem Raum und da war ja so ein Gitter, das uns eingesperrt hat, Leute. Und ich hab mich ja ausgeloggt und... Seht ihr, Leute? Ich hab meinen Planet dabei. Ich weiß nicht mal, wozu ich ihn brauche. Also schreibt's mal in die Kommentare, falls ihr wenigstens irgendeine Vermutung habt. Also wie gesagt, hab ich mich dann ausgeloggt und jetzt ist alles gespeichert. Und ich bin wieder in meinem Haus. Aber safe, das war irgendwie so ein Bug. Oder so. Aber egal, heute wollte ich auf jeden Fall wieder in den Raum. Also ich kann auf jeden Fall jetzt aufs Dach, weil da war ja so ein Fenster. Und da war noch so eine Tür, die ich aus Versehen vergessen hab, aufzuschließen. Denn da stand ein Stuhl vor und ich war einfach so dumm und hab sie übersehen, Leute. Also wie gesagt, wollen wir jetzt leise dahin gehen. Nein! Scheiße! Oh oh. Nein! Scheiße, ich bin gerade irgendwie verrutscht oder keine Ahnung. Aber der war da doch lang nicht mehr, oder? Scheiß drauf. Wir holen... Wir gehen da jetzt einfach mal hin und hoffen, dass er da nicht ist. Leise umschauen. No risk, no fun, Leute. Zack. Nice, easy. Okay, der ist draußen. Ich höre ihn auf jeden Fall. Okay, wir sind jetzt wieder in unserer... Ja, der ist hier ja nie, deswegen nenne ich das auch Safe Zone. Zack. Da ist auf jeden Fall auch so eine Tür. Kann ich sie öffnen? Tatsache, Leute. Ich schätze mal, meine Kartontricks müssen ran. Zack. Und ich habe auch den Magneten. Das hat auf jeden Fall Vorteile. Da ist eine Treppe einfach, Leute. Aber erst mal tun wir den Stuhl hier weg. Nein, ich höre den Nachbar. Zack. Was ist hier so? Das ist ein Kameraraum. Leute, ich bin im Raum, wo er alles überwacht. Und hier ist eine Tür nach unten. Ah. Hier geht es nach unten. Was versteckst du hier? Noch eine Tür und ein Schalter. Den Schalter betätigen wir mal. Hier ist abgeschlossen. Aber vielleicht können wir ja durchschauen. Ja. Ach so, hier steht ein Stuhl vor. Und da ist ein Gitter. Kann ich von hier? Ich kann von hier auf den Balkon gehen. What? Und hier kann ich die Kameras ausschalten, oder? Ja, die nerven sowas von. Hier ist nichts in der Schublade. Also jetzt ist Plan, ich hole die Kartons und baue so eine Art Räuberleiter. Den Schlüssel, den lasse ich hier, denn ich brauche ein bisschen Platz. Ich habe Angst, den Planeten wegzuwerfen. Denn was ist, wenn ich ihn brauche? Also erstmal behalte ich ihn. Zack. Kann ich jetzt schon auf die Treppe? Ja. Perfekt. Was? Was hat der denn hier? Moin, Leute. Was? Was steht da? Hier ist die Achterbahn. Leute, da ist die Achterbahn. okay alter ich wusste nicht dass ich so schnell hierhin kommen ein schrank zum verstecken hier geht's hoch wie geht's noch höher da ist über der milch alles voll also anscheinend kann ich dann nicht hoch hier steht irgendwas oder ja da da ist ein hebel und jetzt den roten hebel oder ja die fährt los die achterbahn habe ich angemacht leute aber die ist ohne mich losgefahren leute ich gehe mal auf die schiene alter junge der rasiert mit seinem haus einfach ich kann hier aufs dach okay nice leute ich bin hier ach tatsache dass irgendwie so eine leiter oder so weil die tür führt nach unten oder hilfe was hat er denn hier alter hier hat er einen kamin hier geht es bei ihm nach unten leute aufs dach ach da ist eine tür okay ihr könnt natürlich auch gerne tipps in die kommentare schreiben leute das wäre sehr sehr nett da ist die achterbahn okay das ist jetzt keine achterbahn aber das ist so eine bahn bitte geh auf nein muss ich auf die andere seite nein doch nicht und und ich bin drin leute wo ist das krass alter ich öffne mal ich öffne die mal wo soll ich hin bisher ist nichts auffällig oder diese tür von da aus kann ich da drauf springen aufs dach glaube ich okay ich bin wieder hier leute leute hier war ich noch nicht what the heck digger wo bringt die mich alles hin was ist hier hier sind es irgendwelche blumen als ob schreibt mir bitte tipps in die kommentare oder wenigstens irgendwas wenigstens keine ahnung ich probiere mal aufs dach von der bahn zu springen hoffentlich habe ich glück und die kommt von da leute die kommt gerade nicht ich stehe hier schon seit einer halben stunde gefühlt aber die kommt nicht zurück ich möchte mich gerne um die achterbahn in der nächsten folge oder ich sag mal in den nächsten folgen kümmern deswegen springen wir erstmal hier hin nein egal ich wollte auf jeden fall heute eigentlich in den oh nein ich wollte heute eigentlich in den raum leum ich habe gerade ein auto überfahren die kameras hat er wieder angemacht der lauch so wir gehen wieder hier rein nein scheiße ich muss aber wieder aufpassen dass das ding mich nicht einsperrt und nein es ist auch wieder dunkel da oben ist eine tür okay zack aufs dach und hier ist der raum eine das nicht der rande hängt da muss ich hinspringen und da ist auch eine tür und hier sind fenster ich check das game nicht leute was geht hier denn ab ach das sind die fenster bei meiner safe zone jetzt erkenn ich es und hier ist abgeschlossen leider okay ähm ich würde sagen wir springen da mal hin ne mit anlauf und nein und dann sterbe ich noch alter ich bin so dumm das einzige positive ist dass es wieder tag ist hoch ich war doch nicht mal auf deinem grundstück wenn ich einmal den rasen betrete dann will er mich direkt wegrasieren leise leute leise leise schnell rein nein aber wir können ihn austricksen leute wenn wir uns glauben dann tricksen wir ihn aus ja wir haben ihn ausgetrickst so jetzt ist mal endlich tag und das tor geht wieder aber ich vertraue dem tor nicht mehr leute guck wie viel ich schon übersehe was hat das betätigt ach das ist so eine platte guckt jetzt ist hier unten ah ich habe einen plan plan 2019 leute also ich nehme jetzt einen karton oder ein gegenstand um den schalter abzuwerfen und währenddessen stehe ich hier hoffentlich klappt das zack nee was kleineres und zack ja und ich bin oben nice wo bin ich sag jetzt nicht dass das das ende war lol leute wo bin ich da ist ein roboter oder so gut damit würde ich sagen das war es mit der 19 folge von hello neighbor lasst auf jeden fall ein like da wenn ihr davon mehr sehen wollt leute wir sind auf jeden fall weiter gekommen wie in letzter folge alter was sind das für geräusche wie gesagt bei 100 abonnenten verlose ich eine 5 euro google play karte nach meinem stand sind es nur noch 8 leute also würde ich mich sehr über ein abo freuen ist auch kostenlos und ihr bekommt immer eine neue benachrichtigung wenn ich ein neues video hochlade gut damit würde ich sagen habt noch einen schönen tag ciao